Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein kurzes Video. Ich habe nämlich vergessen in den anderen gedrehten Videos zu erwähnen, dass ich ein neues Oberteil habe. Ja, wem es vielleicht gefällt, kann sich das gern nachkaufen. Ich glaube 5-6 Euro letzte Woche im Angebot bei Vulvas. Total schick, gibt es in verschiedenen Farben. Gab es auch noch mit Rot, war leider ausverkauft. Dann gab es noch Türkis und Weiß und ja, mit diesem schönen Muster, wie ich finde, total schick. Und genau, ja, bei Vulvas Berlin. Geht gucken, vielleicht habt ihr noch Glück. Ich drücke euch die Daumen. Bis bald hoffentlich. Tschüss. 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 Töüss. Tschüss. Vielen Dank.